Als ich in die Lobby wieder reinkomme, in deinen... Alter! Ich glaube, du wolltest jetzt zu der Mission wieder laufen, oder? Ich wollte zu euch laufen! Hey, mein Chopper! Strandliebhaber-Update bald erhältlich! Das gibt's doch schon! Ey, was für ne Logik! Mein Chopper! Boah, du bist so ein Vollpfass! Ich ruf mal hier, Auto hier! Wozu schießt du in der Ecke eine Karre? Da hast du noch so ein Vollpfass! So, ich bin in meinem Appartement! Hä? Bist du jetzt? Hä? Ich war eben kurz weggepackt! Boah, Scheiße! Das hat ja überhaupt nicht geklappt! So! Und du? Ich werd dann wieder eins... Ach, Scheiße! Mann! Mein Baby! Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Von meinem Apartment? Was ist denn hier los? Hahahaha! Blue Burn! Blue Burn! Hahahaha! Was macht denn hier rein? Ich hab grad... Blue Chopper in Brand gesetzt und was macht Blue? Steig drauf und brennt mit! Ey, das hatte ich ja noch nie, ey! Vor meinem Apartment sitzen irgendwelche und rauchen sich grad rein! Was ist denn hier los? He? Craig, wie? Was ist denn das für eine Karre? Hahahaha! Ich komm nicht rein! Ah, was? Du kommst nicht rein! Bleib mal... Moment! Ah ja, Moment! Komm! Scheiß doch auf die Brühen! Ist doch egal! Moment! Ja, bitte ich aber anst oder so! so jetzt ist es eigentlich so okay ich probiere jetzt mal den kräger obwohl kräftel merkel das lustige ich habe hier über 1000 kunst aber nicht annehmen und da hier kostet 200 es ging vielleicht darüber ich habe doch eine kruise eine freundessitzung ich konnte sie deswegen nicht was hast du gestartet ein gang angriff da gab es doch gab es nicht was weißt du mich da aus meinem auto raus du bist doch wohl nicht sauber mein freundes du bist dann im ehren sauber es rennt dahinter sein eigenem auto her ja pass mal auf was meinst du wie schnell ich dich rausfeuern kann da kannst du noch fünfmal im kreis fahren boah bull boah tot ich bin mit motorrad gegen bullenauto gefahren stern und die schießen da eben nicht tot wenn die wirklichkeit auch so wäre du rammst ein bullenauto oh ich knall dich jetzt ab oh jetzt hat er sein eis verloren was machst du denn hier blue ich beende hier gerade einen gang war gang war hey gang wars war max pain das weiß ich noch gang wars klar mache ich ja gerade gang war gang war nein du machst einen bandenkrieg nur bandenkrieg gang war ich habe bloß auf englisch vom nasenkopf du willst du ach hier ist er ja haben wir doch einen gegner auch noch ganz Law is gestorben weggs mal zureichn zu kommen wi ja, weil ich bin ja hier am ADW du machst ja wie Kinder mir, weil du euch einschlägen sollst sorry, aber ich hab grad ein Ding ja, ich hab auch grad ein paar Leutchen hier aber ich bin grad in Ruhe mit Scharfschützen genau daneben so, dann müssen wir aussteigen aus dem Auto tschüss so, mein Cabrio gegen Gang war gewinnen, find ich auch cool ja, jetzt hab ich Bullen im Arsch toll uh, das ist Blue weh hehehe ich wollt ihn eigentlich ärgern, aber das ist der Kopf, Scheiß Bullen Scheiß Bullen Alter, wieviel gehören doch hier was ist der Gang, Alter das ist ja übel ganzer Arsch Bull wahrscheinlich du bist du nicht du bist du nicht grad gestorben ja, ich bin nicht so feige ich geh direkt ins Getümmel mach doch wir leben länger und haben mehr Geld dann dafür ich hab nix mit feige zu tun ich hab nix mit feige zu tun das ist clever ja natürlich feige ist wenn du abhauen würdest Alter, wo seid denn ihr? der lebt noch da gibt's nicht mehr fehlt doch immer noch einmal ja, da hinten irgendwo beim Boot hinter dem Stein glaub ich ist der oder der ist im Boot ne ksch der Boot ruckelt oder Blue fährt grad hin oder ach ja ne das ist Blue oder ist das Blue? ich komm grad zu euch ich komm ne ich komm grad zu euch fahr hier mitten durch Getümmel im im ich glaube im Boot war noch einer mhm der war unter dem Stein den hat sich Blue geholt achso cool mal ganz gut ich komm da hinten dann gefahren für ein gelbes Ding um das hat er geschossen gelbes Ding denk, dann schieß ich mal runter Oioioioioioioioioi Betz Hehehehe Der wie bei bollen was ist denn hier los? Ach du Sau Auf wen schießt denn du? Warum schießt... Warum schießt wir aufeinander? Alter Hey Blue du Assi! Ja jetzt hat jemand auf mich geschlossen Ja aber ich doch nicht Ich frag doch nicht umsonst du Vore Du Vore Du Vore Achtung Willkommen 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 Halleluja Ich hab mich nicht angehüpft Alter Scheiße Mone 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 Die Karre von Blue Äh von Crazy Ich bin quer durchs... Ich bin quer durchs... Ich bin quer durchs... Ich bin quer durch eingefahren ne Deswegen Machtn ihr hier? Zwei böse Sachen So Einmal hatte ich aufm Blue Hehehe So Jetzt aber jute So genau Eigentlich hab ich zwei Wochen aufgemacht und hab mich vorhin nochmal gekilltet Aber egal Äh ich mach mal jetzt Missione Achso erst mal Geld geben Crazy oder? Geben dazu überhaupt Select Deleckt Langgedrückt Und dann kannst du... Äh... Loh 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 invisible Ihnen geht das doch nicht War Geld Ich dachte das ging ja Bargeld Geldgeben aber. Ist Grau unterlegt In möglichen So habe ich denn ja Tier Ganz anderer Spielcharakteren gegenüber kein Geld geben Ach gegenwärtig So habe ich Strohen Was sind jetzt hier wieder Bullen Was ist denn jetzt kaputt? Was ist denn jetzt los? Was ist denn das für ne Karre hier? Was ist denn das für ne Karre? Die ist ja kribbelbunt. Ja, das ist mein Auto. Was ist denn mit den Bullen los hier? Was glaubst du, dass er mich nicht anschießt? Oh! Ja, geh doch mal weg da. Dann schießt er aufs Benzen. So, was ist denn hier los? Ja, fahr ruhig meine Deckung weg, genau. Du bist ein Bauer da. Äh, was war denn das? Das hat doch gesagt, schießt er aufs Benzen. Aufs Benzen? Guck mal nach oben. Ich steh hier aufm Belsen. Ach, das Volk. Tschüss lieber Heli. Ich hab, ich hab ein Dings abgeschossen. Ein Piloten. Ja, nicht nur der Heli. Ein Politen. Habt ihr ein Heli grad am Start hier irgendwo? Ja, ich hab ein Politen abgeknallt. Ach so. Weil sonst könnte man ja vielleicht wegkommen. Vollschirpen! Nein! Crazy, ich seh den hier nicht. Der stirbt dauernd. Ich weiß nicht, ich wusste ja mal. Ach, hier liegt er, hier liegt er. Ich bin aufm Felsen hier da, du musst irgendwie da runter. Ja, jetzt haben wir wieder hier einen kleinen Heli. What the fuck? Was war das denn grad? Bullen. Oh, zwei Helis. Ähm. Leute, ich werfe ihn nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Oh. Oh. Okay, ich brauch nicht mehr flüchten. Ich brauch nicht mehr flüchten. Du bist mir voll reingerannt hier. Ja. Oh, ich bin tot. Ja, das vergisst man in so einer Situation, dass du dann, weißt du? Dass dann sowas passieren könnte. Also Blue müsste, äh Crash, Crash, Chris müsste ja jetzt noch voll die Karn anstattern hier, oder? Äh, Karn anstattern. Woah. Was war das? Das war Crash, Chris. Ja. Crash. Kaputt. Kaputt gegangen. Die Blutpfütze. Crash ist kaputt. Jetzt schauen wir nichts. Jetzt schauen wir nichts, die Bullen los. Genau. Hier. Eine Rakete vom Raketenwerfer. Ja. Du kannst dich nicht aufheben. Okay, ich starte jetzt endlich mal den Job, oder? Ja. Ja, dann mach mal Bum Bum. Mach mal Bum Bum. Hä? Was müssen wir dich holen? Hat hier wieder irgendjemanden am Start hier? Ich hab keiner. Ey, guck mich. Ey, die liegt ja... Lul! Ich kann meine eigene Rakete einsammeln. Das ist ja lustig. Ups. Ja, ich seh die hoch, aber ich kann sie nicht... Ich kann sie nicht... Ich hab sie grad eingesammelt. Die liegt halt hier rum. Aber die liegt halt immer noch da. Ja, die liegt hier rum. Ja, aber ich konnte sie grad einsammeln. Also ich hab... Einer geladen. Das Lüftige ist, wieso liegt die da? Weil eigentlich macht die ja Bum, ne? Ja. So, Blue ist eingeladen. Crash hab ich eingeladen. Ja, hab ich bekommen. Und zu der letzten... Crazy Freak hab ich grad eingeladen. Jep. Na dann, auf geht's. Tschüss. Bullen. Weißt, warum der Crazy... ...einen konnte? Ja. Weil er Bullen bei dich hatte und er musste ihr Geld zahlen. Damit die Bullen wegkommen. Ach stimmt. Die Bullen waren ja dann weg. Weg. Die Bullen waren ja weg. Weg. Ich kann mir mal vorstellen... Ich kann mir mal vorstellen, dass ich wegen meinem Server, dass du da irgendwie draufkommst, weil ich doch bloß für Eingeladungen gemacht hab. Eingeladungen. 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 Feiner Deutsch, alter Sau. Ja, wir sind alle nicht so perfekt Deutsch. So, okay. 2-2 und wir machen diesmal vorsichtig. Ich würd sagen, dass wir vor dem Punkt vielleicht noch halten und sammeln und dann losgehen, weil... Ja. Echt heftig da dort nicht. Ich steh im Busch. Und vielleicht sollten wir uns vorher mal ausmachen, wer fährt. Was haben wir denn überhaupt für Fahrzeuge hier? Ehhhh. Wieso ist eigentlich ständig immer Onkel sein Auto hier? Weil das mein Auto ist. Blue hat ja sehen. Nein, er es kann. Ja, weil er der Host ist. Er ist der Host. Und dementsprechend... Nö. Vor uns stand... Nein, nein. Das ist doch scheiße. So, komm wir fahren... Mit dem Jeep. Ja, sonst müssten hier unsere Autos auch da stehen. Ja, vor uns stand auch Blue's, aber da hat doch schon... Aus dem hier vorne steht doch Blue's Karre. Ach ne doch ne. Das ist ein Schatten. Steig doch mal ein. Ich bleib dann sofort. Ich fahr dabei nicht so ein bisschen runter. Ja, fahr doch. Oh, aber wieso ist das ein... Oh, ey, du bist ein übelster Vogel. Ach, warum steigen jetzt die Minden? Ach, nein. Ey, aber vielleicht können wir die hier auch so mit dem Scharfschützengewehr wegholen hier. Ja. Die könnten da unten... Klar, das machen wir auch, oder? Scharfschützen... Ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Genau, Scharfschützen. Oder einer fährt runter und dann damit die spawnen und dann... Zack. Genau. Ich. Oh oh, ooooh, oooh, oooh, ahOh. Oh, odoch, oooh, ooooh, oeoh, oooh. Jetzt mal schnell aussteigen. 360 gemacht. Und schnell zurück. Und einer triggert die da von... Ja, ich hab ein Scharfschützengewehr also... Ich bin am... Ich bin der Sarf-Sitze. Sozusagen. Was ich sehe, da ist einer. Okay, den habt ihr schon. Okay, den habt ihr schon. Okay, ich komm runter. Glu ist gestorben. Was macht er denn da oben? Rambo! Ja, Rambo bringt hier aber nix. Ich merke jetzt selber auch gerade. Ach, da kommt noch mehr. Ja, da hinten sind ganz viele. Oh, ich bin auch noch runtergekommen. Der musste echt einen Schafschütze machen. Ja, ja. Nein, ich rülgrat ein paar Weg. Mit der Schrot. Okay, los, lass doch noch. Wer fährt? Das da hinten rein war. Am besten noch welche. Wer fährt? Blue fährt! Nein! Blue. Ach, du bist auch. Geht nicht hinten rein. Doch, hinten geht auch. Grundlich, auch nicht. Geht nicht. Doch, doch. Jetzt sind wir hinten drin. Ach, du fährt. Mach die Tür zu. Ich will doch schießen. Ich will doch schießen. Mach dir zu, genau. Ja, vorne können wir nix machen. Nur hinten, die Typen. Ja, hinten. Hinten halt schießen, ne? Nick, äh, bum bum bum. Ja, Grazy kann von mir auch schießen. Mit meiner Pistole. Ja, mit was ist denn so ein Fies? Ja, warte. Mit dem G? Oh, stimmt der mal, oder? Ja, pass auf, dass ihr die Autos nicht neben euch springt. Ja, ich kann nix springen, ich hab nix zum springen. Also ich schieße schon gegen Blöder hier mit der... ...der MG. Die sind erstmal weg, glaube ich. Ja, der eine steht da unten rum. Und Blöder, lass den LKW bitte. Wenigstens halbwegs ganz. Pfff. Oh, da kommt der jemand. Ich bin tot. Boah, ich sag's noch, jetzt versuch der hier hochzukraxeln. Das ist wie wenn du auf der Autobahn fährst und genau vorm Berg überholen sie, ne? So, ab und weg. Ja, das ist, ne, das ist, das ist, wenn sie so bergaufwärts geht, dann schwappt den LKW-Fahrer das Hirn nach hinten. Und dann denkt, überholen. Das ist aber ein Phänomen, ne? Immer kurz vorm Berg, jetzt muss ich überholen. Ja, aber das hat mir mal ein LKW-Fahrer erklärt. Warum? Ja, ich hab das zu dem Urkos gesagt. Ich hab gesagt, was, LKW-Fahrer, das schwappt wohl so bis jetzt gehauen über und dann müsst ihr überholen. Und dann hab ich gesagt, ne, ne, das hat schon mehr Gründe. Weil wenn die nicht so beladen sind wie die hinten, kommt die natürlich schneller berghoch. Und die anderen, die bremsen dann heftig ab und dann überholt die halt. Weil wenn die halt so ein übelstes Gewicht drin haben, dann bremsen die halt sehr schnell ab. Und die anderen, die leer sind, die können dann vorbeiziehen. Deswegen bergaufwärts schumpf. Ja, aber das sieht immer aus, weißt du, da sind die irgendwie 3 kmh schneller, weißt du? Aber sie müssen überholen. Mein Problem ist ja im Grunde nicht, dass die LKW-Fahrer überholen. Mein Problem ist, dass die immer so scheiße überholen. Wenn du gerade mit Vollspeed, du kommst mit 200 angebreddert und die überholen mit nach. Ähm, wieso schieß denn das? Ja, wir schießen da hinten. Und die bremsen dann sehen, dass die... Ja, ich find's immer lustig, wie die überholen, weil da sind sie irgendwie 5 kmh schneller, wenn überhaupt. Ja, aber überholen. Ja, und du kommst mit 200 hinten angebreddert und wenn man siehst einen Blinger... ...wissst du? Auf der Autobahn, voll. Voll in die Eisen, ne? Und Blue, wir müssen uns erstmal drehen, verstehst du? Richtig, weil die Kamera nämlich immer nach vorne schwappt. Ach nee, du kannst, halt einfach L2. Dann kannst du dich rumgucken. Ich. Du kannst ja einfach losballern. Nee. Oh, nee, die Kamera kommt einfach... Ah, ja, nee, L2, L1. Ja, bei mir ist... Ich hab's ja tauschen. Bei mir schießt... Ich hab auch auf L1, R1. Ja, trotzdem noch weiter die Kamera. L2, R2 kann ich nicht schießen. Ja, genau. Geht mir genauso mit denen. Die gehen gar nicht, die Trigger. Die unteren. Ja, bei der PS4 ist es so. Da ist es jetzt Standard. Ja, gefällt mir besser. Ja, hauptsache mal ganz außen. Sogar bei Call of Duty, also... Geht mir besser. Geht mir echt besser, weil... Mit meinen Wurstfingern gefällt mir besser. Ja, ich kann beides, aber ich hab halt lieber diese Standardsteuerung. Weil du dran gewohnt bist. Ja. Du könntest dich ja auch ganz leicht umgewinnen. Jo, könnte ich auch, warum soll ich's? Wenn's dann halt kommt, wo ich's mir umstellen kann, dann ist das halt so. Herr Blue, ey, gib mal Gas! Du bist bei jedem Führbesen schon weg. Das ist schon mal ein Bosenkopf. Das ist ja gar keiner. Ups, jetzt hab ich einen falschen Fahrer gegeben. Ich bin ja echt ein Blue, also du fährst grad... Ich kann doch nur nichts dafür meinen. Bobbycar. Dann steig aus, dann fährt er schneller rum. Bobbycar downhill. Der fährt extra wegen dir lang. Ich bin nicht fett. Der fährt extra wegen dir lang. Ach, warte mal. Ich hab zwar dicke Titten, aber... Ach ne. Wichtig, haben wir schon. Deine Willkommen machen. Ne, wegen dein Angstfaktor, weil du immer so viel Schiss hast. Wenn Blue schneller fährt, dann immer... Oh, Blue! Naja, weil... Blue und... Ja, aber du bist doch aber nicht besser. Ich lass doch mal Blue in Ruhe. Doch! Der Blue fährt gegen Sachen mitten auf der Straße, wo nix ist. Eine Laterne steht da. Er fährt gegen die eine Laterne. Ja, und... Ach, nicht nach unten. Hä, wo sind denn die ganzen Gegner? Ja, und wir kommt jetzt gerne hin. Ja, weil wir gleich da sind. Guck doch, das ist schon ein Ziel da oben. Teamleben noch drei. Wir hatten mal vier. Blue hat mal eins abgezogen. Rambo! Und schon wurde aus Rambo ein blaues Licht. Der Himmel sieht gerade oben echt schön aus, da war. Den Wolken? Das war echt geil, weißt du. Keiner ist gestorben außer Blue. Was ist denn besser, Rambo oder lieber mal auf Distanz? Hm. Klugscheißen oder einfach mal die Fresse halten? Hehehehe. So, ich denke wir haben es jetzt, oder? Ja. Yay! Mission bestanden! Und dieses Mal richtig geil bestanden! Oh, richtig kräftig. 7000! Alter! Money, 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 money! Ich hab mal Rang erhöht, ich bin Rang 26, wow. Okay, ähm. Ach, hier gibt's gar keinen Boom. Hä? Warum konnte ich jetzt nicht fortführen? Gibt's gar keinen Gefällt mir oder sowas, wa? Dann kommen wir wieder ins Dings, in freien Modus, klasse. Echt? Das ist doch teuer. Ja, weil das ja User erstellte Dinger sind, ne? Nö, die Mission nicht. Aber wir müssen doch jetzt eingestanden... Ja, also Dings ist da. Wer da drüben auch ist. Zwei Stück sind da. Aber ich denke mal hier. Seht. 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 Ich bin im Busch. Also Blue ist nicht da. Äh Quatsch, Crazy ist nicht da oder was? Blue ist bei mir hier. Ich bin sonst irgendwo. Der tanzt hier rum bei mir hier. Warum lande ich immer in einer einzelnen Lobby? Ich check das nicht. Werde ich nie verstehen. Ihr Verderber. Muss ich dich wohl nochmal einladen? Ich bin in einer einzelnen Lobby. Boin. Warum? Ja, das ist ja... Ich öffne ja nicht meine... Naja, oder so. Pfff! Ja, der haut mich direkt in eine leere Lobby jetzt mal rein. Warum? Oh je, ich geh jetzt auf der Straße. Oh cool. Oh cool. Hier wurde gerade jemand überfahren. Ach so. Wie viel? Ein paar Millionen? Ne, ein paar hundert oder so. Keine Ahnung. Ich sitz da in meiner Karte. Finde deine Freunde. Wir are online. Ey, warum kannst du denn du nicht einsteig? Ich verstehe das nicht. Ey. Hey. Siehst du? Die Tatsache ich doch hoch. Geht nicht. Stell mal auf Crew oder Freunde. Crew und Freunde oder so. Hab ich doch schon. Pass mal auf du Schwein. Oh. Scheiße. Ich hab mir noch Waffe in der Hand. Onkel hat Crash Quiz erlebt. Lass mich mal auf. Scheiße, scheiße. Ey, ich wollte die bloß mal in die Schmetterung aber auch vergessen, dass ich noch eine Waffe gehandelt habe. Verdammt. Ja, aber wenn du wach warst, ist er gleich Matsch, ne? Ne, klar. Scheiße. Ich war sowieso schon total Matsch, weil ich irgendwie den Berg untergefallen bin. Boah, sorry. Kein Problem. Ich sammle mich das Geld ein. Hab ich doch. Oh, jetzt muss ich erst mal in Apartment flüchten. Wow. Du bist ein Arsch. Haha. Er legt's immer wieder drauf an in der Sack. Ich hab mich hier nirgendwo hoch, oder? Oh nein. Servus. Servus. So. Okay, dann machen wir die nächste Mission. Streit um Crystal 2. Ja, dann ab. Okay. Okay. Ähm. Die Herstellung, ähm. Droge ich, wenn jeder seine Flammen aufgeht, wenn man am wenigsten damit rechnet. Wie diese rivalisierte Gang in der Sonora Wüste bald feststellbar. Achso, also wir müssen wieder irgendwie... Ja. Ja. Man hat zwar nix verstanden, aber... Ja. Ich hab, äh, noch keine Einladung bekommen. Ja, ich mach's gut. Dann hat's schon eine raus. Ich weiß bloß sagen. Ich weiß nicht, was wir machen müssen, weil ich nix verstanden hab, weil Onkel genüschelt hat. Ja, hör doch sowieso nicht zu. Warum soll ich's nur laut verlesen? Ja. Klar, hörn wir zu. Ja. So was von. Okay. Die Herstellung von Meth ist ein gefährliches Geschäft. So eine Drogenküche kann jederzeit in Flammen aufgehen, wenn man am wenigsten damit rechnet, wie diese rivalisierende Gang in der Sonora Wüste bald feststellen wird. Also, alle abballern. Oder, was sollen wir jetzt machen? Alle abballern. Im Grunde genommen braucht man gar nicht zuhören. Wenn ich das jetzt richtig verstanden hab. Aber im Grunde genommen braucht man gar nicht zuhören. Irgendwo hin, abballern, Ding nehmen, wegfahren. Ja. Also, pfff. Werden alle fertig? Ach, scheiße, hab ich gedrückt. Du bist doch der Horst. Aber habt ihr euch jetzt alle die Rüstung gekauft und so'n Scheiß? Äh. Kann ich nicht, weil... Nee. Was? Ich hab jetzt auch keine neue Rüstung angesogen, aber ist egal. Könnt ihr doch noch im Spiel, ne? Lagen Select und Blob. Okay, wir müssen wieder ein 4-Suchzer suchen, weil es steht wieder bloß meine Karre hier rum. Ich muss ja mal meine andere Karre hier rum. Warum steht denn immer dein Auto da rum? Warum steht da rum? Ja, das wundert mich auch, wa? Bloß seine Karre stand vor uns auch rum. Bloß... Äh... Seine Karre hat er ja, sozusagen, äh... Vergeigt. Was macht ihr? Was macht ihr? Was macht ihr? Was macht ihr? Ja, da oben sind Ziele. Ja, mach doch mal langsam, Leute. Ich weiß doch gar nicht, wo wir hin müssen, ey. Ja, wir müssen doch nicht gegen den Platz machen. Ich weiß, die sind alle hinter dem Scheiß Ding hier. Wo? Krisch hat einen kleinen Penis. Wo? Penis gepackt. Wo, wo, wo. Geh bloß weg mit der Raketenwerfer, Alter. Ja. 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 Deinem. Ja. Da sind noch welche. Oh, der hat gilt. ok komm jetzt kommen wir doch hier einsteigen denk ich mal kommt steckt ihr könnt doch bestimmt jetzt hinten aufsteigen oder geht das nicht fahr einfach ich laufe schon richtung roten punkt schalte alle kippen auf mehr scheint es doch nicht zu sein hallo und er ist ein kompletter guckte mit und er hat irgendjemand an der einzelnen vorbeitektur macht ja ich hab dich nicht gesehen gewinnen und erfahrer von seinen blut mit der dritte durch die feier ja so gut das ist gut, aber, ja, wo wüssten, keine Ahnung Müssen wir hin? Da hin Okay, wir sehen schon da Das war so eine übelste Dreckskarre Okay, er fährt halt Halt ein, ja? Halt ein, ja? Boah, crazy! Aber noch gut gehalten, gut geparkt! Ja, aber wir hätten das jetzt mal so ein bisschen, ja, wisst schon, da können wir gleich reinrammeln und alarmen, das ist auch langweilig Ich fand das bei der Funken-Mission cool, da so, du machst mal einen Schaufschütze, du gehst rein Wow! Alter, es geht ja ab, Alter, kriegst du! Er mit einem Raketenwerfer, ey Ich hab mal richtig aufräumen hier Wow, ja! Hau mich noch mit weg, Alter! Oh, sorry, sorry, sorry Das ist so der Nachteil Ich kann den Raketenwerfer Ja, Splash damit hat, ich bin tot Oh, Mann Ich glaub, jetzt musst du alleine weitermachen Ey, hier ist doch ein Gegner, ich seh gar nicht Boah, warum haben wir denn jetzt schon die ganze Leben verloren? Hup! Ist der tot Ich alleine? Ey, wollt ihr mich verarschen? Mach doch mal ein bisschen durchsicht Nein, ich bin auch noch da, Mann Ja, es ging nicht, da war ein Gegner, aber irgendwie war dann doch keiner und dann ist er hingebockt Was? Ja Direkt neben mir, da war keiner und dann auf einmal stand er da Okay, ach ne, da drüben ist noch einer Okay, und jetzt? Ja, das war's durch Achso, du wolltest bloß die Drogenlabore wohl voll in Flammen aufgehen lassen, wie sie es am Anfang beschrieben haben Ohohohoho Hat geklappt Hochgehen lassen, einfach nur alle Aufregen lassen Achja, schon verstanden Jey Setz, setz sofort X so rum Das muss ich bestimmt crazy wieder einladen Dass du das denn immer rausschmeißt, ist doch auch doof, war Ne Ne, du landest immer im freien Modus, das finde ich halt ein bisschen kacke Ne, finde ich gut, weil da kannst du aber auch wieder Missionen einstellen, du musst nicht andere und hier wählen zwischen irgendwelchen Sachen, die dich nicht interessieren Ja, jetzt bin ich hier, wo wir jetzt aufgehört haben, aber ganz allein Ach ne, da ist Blue Ich mach das jetzt mal anders, ich werde jetzt mal ganz kurz eine Karre holen, wo wir zu viert einsteigen können Krisch Krisch, das ist auch hier Wo ist Onkel? Onkel ist wieder weg Weit weg Nein, jetzt sind wir dafür zusammen, aber Onkel ist nicht da Nö, ihr seid alle auf meinem Sommer Wo bist du? Ja, du bist Du bist ein bisschen Ich fahr bloß mal fix runter und hol mal eine Karre, wo wir zu viert sitzen können Weil, meine Karren sind ja ständig da im Spiel und wenn wir, äh, weißt es schon Fett mit dem Auto Wir nehmen doch hier den Hammer oder so Ach du, warum ist der schon? Ach du, den fetten Hammer O-o-o-o-o-o-o-o Vielen Dank.